Ich habe einfach eine Riesenfreude, dass es endlich auch grosse, engagierte Firmen gibt, die zeigen, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Das vor dem Hintergrund Green Economy, das ist genau die richtige Entwicklung, die jetzt stattfindet. Wenn man in die Zukunft schaut, dann kann man einfach sagen, hoffentlich gelingt es, dass noch mehr Firmen aus wirtschaftlichen Überlegungen das Thema ernst nehmen. Ich glaube, es braucht mehr Freiheit, es braucht mehr Möglichkeiten für Investitionen, für Kreativität und Innovation. Dann kann die Schweiz die Chancen von einer Green Economy wirklich packen.